Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man ganz einfach unter Windows 11 die TPM-Prüfung beim dynamischen Update überspringen kann. Microsoft scheint sich ja bei dem Thema TPM selbst noch nicht ganz einig zu sein. Fängt an über, erst musste es sein, dann hat es von Microsoft selbst Anleitungen gegeben, wie man das Ganze abschaltet oder überspringt, bis hin zu den sogenannten Mikrorucklern, die bei vielen Nutzern auftreten und auch auf TPM zurückzuführen sind. Das hier ist ein ganz gutes Beispiel, das ist mein Windows 11 und das konnte ohne TPM problemlos installiert werden, doch dann kam auf halber Strecke das Update 22.5.4.3 und das lässt sich leider nicht mehr installieren. Der Download-Fehler, hier angezeigt, 8088802, der zeigt auf das Fehlen von TPM hin. Nun, ganz so schlimm ist das nicht, denn auf der Microsoft eigenen Webseite github.com, da gibt es die entsprechende Abhilfe. Link natürlich in der Beschreibung, bringt sie auf die Seite hier und da kann man hier einfach unter Code das Ganze runterladen als Zip. So, das machen wir jetzt mal direkt. Danach in den Explorer wechseln, die Datei finden, im Downloads-Ordner auspacken. Reinklicken und dann haben wir hier einen Unterordner Bypass 11 und dann haben wir hier Skip TPM Check on Dynamic Update. Das wird einfach ausgeführt, wird natürlich im ersten Moment, naja, ich weiß nicht, also einfach hier trotzdem ausführen. Das bestätigen, das Ganze ist grün, also es ist installiert worden. Wenn wir das Ganze nochmal starten, dann wird es automatisch wieder entfernt. Dann ist die Zeile da oben, die gerade grün war, allerdings auch rot. Gut, also das Ganze hat funktioniert. Das heißt, wir können den Rechner neu starten. Nach dem Neustart dann wieder die Updates aufrufen. Wiederholen klicken. Und schon läuft das Update problemlos durch. Bleibt also abschließend die Frage, muss man das jetzt bei jedem Update machen? Nein, wie eingangs schon erwähnt, Microsoft ist sich selbst noch nicht ganz einig über den Kurs, den man da fahren will. Seit dem Update hier sind schon drei weitere Updates erschienen von Windows 11 und die machen die Prüfung gar nicht erst mit. Ansonsten, die URL, die kann man ja einfach mal behalten und dann, wenn mal wieder ein Update kommt, das die Prüfung hat, einfach prüfen, ob es dann dort ein neues Skript gibt. War ja hier auf der Seite recht einfach zu erkennen. Derzeit ist das die Skriptprüfung Version 7. Gehe gerade nochmal über die Chronik dahin. Wenn ich hier reingehe, dann haben wir hier Skip TPN Check V7. Also ja, eventuell wird da mal Version 8 kommen, aber dann wird es auch wieder die Möglichkeit geben, das zu skippen. Ist also ganz einfach. Okay.